Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Live in the Woods mit dem Manu und mir. Hallo. Ein Geruch. Ja, lang ist her. Live in the Woods. Sehr lang. Quasi. Ja. Also bei mir ja. Hat letzte Folge gefehlt. Bei mir auch. Ich habe es heute mal auch nicht mehr gespielt. Das Einzige, was ich zwischen den Folgen gemacht habe, ist, dass ich nochmal auf der Suche war nach den Gartensäuren. Ich bin mir sicher, dass wir ziemlich viel hatten. Beziehungsweise den Kompost. Und ich habe extrem viel noch gefunden, extrem viel noch angepflanzt und wir haben jetzt ganz viel von diesem Gartensäuren. Das heißt, wir machen unsere Felder weiter. Genau, da hinten ist noch ein Loch und so. Mhm. Und da wollten wir erstmal nur Weizen und Mais. Und Korn. Ja. Und dann irgendwo hier verteilen noch zwei andere oder drei. Mal sehen. Ja, wir haben ziemlich viel zum Anpflanzen richtig gesehen im Lager. Ja. Aber ich würde mal sagen, das ist jetzt erstmal das Wichtigste hier. Das macht das schön, oder? So. Ups. Warte, ich kann dir auch hier mal zwei Stacks geben. So, dann. Du kannst dir schon mal ein paar andere Plätze aussuchen. Jetzt machen wir nur noch so ein paar kleine Felder. Ja. Ich weiß nicht, wie groß wollen wir die machen? Ah. Was machen wir denn? Sechs mal vier oder so? Ja, irgendwie so. Nicht größer. Ja. Gucken. Kannst du ein paar Orte aussuchen. Muss ja auch nicht alles zu weit verteilt sein. Dä, 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 dä. Das ist natürlich das Beste, hier mit der Hacke durchzulaufen und einfach die ganze Erde aufzulockern. Und irgendwie wie jeder Aufnahme habe ich jetzt einen Froschenmalz. Oh. Ja, es ist immer noch kalt draußen. Ich bin's nicht, ich bin's nicht mehr gewohnt. Ich nehme zu wenig auf. Mir kommt ja auch zur Zeit irgendwie nur Life in den Woods und nichts anderes. Ah doch, Dead by Daylight. Oh. Würde ich auch wieder ändern. So. Dä, 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 dä. Schau's. Ich hier noch eins hin. Ich find's irgendwie, ich glaub die Hacke verbraucht sich immer noch nicht bei dem, wenn du die Gartenzwelle auflockerst, ist irgendwie ein, ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder ob das gewollt ist. Ist das schön, also. Ja, es ist schön, aber ich weiß nicht, ob das so richtig ist. So, dann nehmen wir uns hier mal die ganzen, das ganze Weizen hier wieder mit. Von hier oben. Und das Korn. Ich glaube, ich werd noch kurz ins Lager gehen und holen wir die ganzen Seeds, die wir haben. Dann haben wir mal einen Überblick, wie viel wir eigentlich jetzt brauchen. Ja. Ich mach einfach weiter. Ich hab so viel Korn gerade und Weizen mit dem Inventar. Ich glaub, das mach ich dann doch lieber gleich. Ich pflanze ich lieber gleich ein, sonst hab ich gleich mein Inventar voll. Eins, zwei. Dann kann das hier nämlich schön wachsen. Ach komm, mach mal einfach alles. So ein kleines hier noch. Auf dem Berg ist ja so ein kleiner, so ein kleines Loch, das kannst du gern zubauen, wenn du Erde dabei hast. Ja, also Erde sollte ich ganz viel noch haben. Was ich vielleicht dabei noch hab, Wollen wir mal gucken? So, davon werden wir auch ordentlich was brauchen. Dip, 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 dip. Hm. Ja, du und Gartenzoll vertauscht. Hast du jetzt einfach Gartenzoll hingebaut? Nee, nee, alles gut, alles gut. Okay. Mal gucken, wo ist hier dieses... Das ist doch echt ein hässliches Ding. Also ich würd ja ganz gern das mit dem Teich und dem Sand lassen, nur vielleicht ringsrum den Travel wegmachen. Okay. Und vielleicht mal noch schlafen. Mhm. Mein portables Bett hab ich hier nicht mehr dabei, das ist im Lager. Geh schnell ins Haus. Oh, hier liegt noch Korn. Sehr schön. Hopp. Ah, diese Nachtstimmung schon. Quasi früh am Morgen. So. Auch zu. Oh, war da ein kleiner Zombie. Hab nur ein kleiner, ein Kopf mehr. Ja. Waaah. Was machst du denn? Ich bin hier runtergefallen. Achso. Na, dann mach ich das hier zu und das obere lass ich aber. Genau. Also ich würd das hier zumachen, aber das obere kannst du dir lassen. Ich hol jetzt erstmal die ganzen Seeds, die wir haben. Und hab auch mal einen ganz guten Überblick, wie viele Felder wir jetzt erstmal brauchen. So. Äh. Ups. Lager. Hallo. Wie leckt's bei mir grad ein bisschen? Keine Lust mehr oder was hier? Komm. So, wir haben Bamboo, Zucchini, bla bla bla, Wintersquatch. Okay, wir haben ziemlich viele verschiedene Sachen. Wir haben ja auch unendlich viel Platz quasi. Also können wir uns austoben, würde ich sagen. Ja. Also ich hab jetzt... Warte. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf verschiedene Seeds noch. Okay. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch zwei Felder. Und am besten dann noch mehr. Über die Zeit dann. Aber jetzt erstmal noch zwölf weitere Felder. Also von den kleinen insgesamt. Genau. So, dann machen wir hier das hier. So. So, da ist eins. Hinten habe ich schon zwei. Dann mache ich hier in der Mitte noch eins. Du hast bei dir dieses komische hohe Gras ja ausgeschaltet, gell? Ja. Keine Ahnung. Okay, ne. Achso. Ja, ja, ja doch. Genau. Ich weiß, was du nur wieder meinst. Ein Brokkoli. Das Problem ist, dass ich natürlich von vielen Sachen nur ein Seed habe. Aber ist ja wurscht. Na, das geht schnell, dass man da wieder mehr hat. Jetzt haben wir hier Bellpepper. Brokkoli. Okay, übersichtsmäßig ist das natürlich jetzt nicht so schön, aber ist ja egal. Jetzt werde ich da auch einfach mal so reingeräuspert. Ja, also bei mir wird es gerade eh so ein bisschen dann von der Musik übertont. Das ist dann nicht so schlimm bei mir. Ich würde es ja nicht ganz am Rand machen. So, dann haben wir noch hier eine ganz andere Lupe. Mann. Ich habe gar keine normale Schaufel mehr, fällt mir gerade auf. Meine gibt auch bald einen Geist auf. So, was ist jetzt noch Felder? Achso, hier habe ich schon was angepflanzt. Okay, es ist schwer jetzt am Anfang, wenn man hier noch nichts wächst, die Übersicht zu behalten, wo jetzt schon was gepflanzt ist oder nicht. Ich mache hier mal ein paar Dinger weg. Papusche. Hier wächst es auch schon, das ist gut. Ja, das, was im Prinzip gehakt ist. Ja. Okay, ich mache mal schnell eine normale Schaufel. Kann ich nicht, weil ich kein Holz dabei habe. Kluckzucken. Ich habe auch keine mehr dabei. Holz habe ich noch. Kannst du mir kurz noch ein bisschen Holz geben? Schmeiß mal das raus. Oh, Eisen habe ich auch nicht mehr dabei. Oh, egal. Ich hätte auch kein Eisen mehr. Ja, dann gehe ich gleich ins Lager. Okay. Mach für mich welche mit. Jetzt arbeite ich einfach mit meiner bloßen Hand weiter. Ich gebe ein bisschen Ordnung, welche ich hier schon haben. Hier ist es. Gitti, ab ins Lager. Oh, ich sollte denn das essen. Ach ja, wir haben rausgefunden, dass die Gartenslots irgendwie nichts mehr bringen. Wie man unten sieht. Die bringen irgendwie nur noch zwei Essen. Zwei Keulen. Keine Ahnung, warum. Ist wohl irgendwann reingepatcht worden. Auf jeden Fall meins zu ärgern. Ja, aus keinem anderen Grund. Und ich habe das Lager hier noch ein bisschen... Ups. Oh, das war alles? So. Ich habe keinen Gartensäul mehr. Gartensäul. Gartensäul. Beziehungsweise Ruckler vom Lagerhaus. Da ist unser Eisen. Zwei, zwei, drei, vier. Und... Alter. Aber dann haben wir wenigstens demnächst mal diese ganzen Sachen angepflanzt. Also wir könnten natürlich auch jetzt die restlichen Felder dann noch offscreen eigentlich dann irgendwann mal weitermachen. Also falls wir jetzt dann noch so ein, zwei Sachen finden oder sowas. Ja. Also ich denke, ich werde auch so zwischendurch zwischen die Folgen dann mal gucken und... Ja. Schön, hier Arbeit. So. Hier unten habe ich jetzt was angepflanzt. Da habe ich was angepflanzt. Das nächste sind Candleberries. Oh, diese Grillen, ey. Ich weiß nicht, ob jetzt der Server endlich checkt, dass der die Grillen nicht mehr spawnen soll. Also es kann ja sein, dass die, die wir jetzt noch haben, dass es noch alte sind. Oder es funktioniert irgendwie immer noch nicht. Okay, dann werde ich hier auch mal ein paar Felder noch machen. Da muss man halt aufpassen. Nein, mal sehen. Oder mache ich es weg? Ich denke, ich mache es weg. Dann haben wir hier... Oh, wir haben Tee sogar. Oh. Können wir uns wie gebildete Leute ausgeben. Können wir uns was? Als gebildete Leute ausgeben. Können wir uns drei da einen Titel machen und... So. Dann habe ich jetzt hier noch Wintersquash. Also die müssen nicht so weit auseinander sein, die Pferde. Die können ruhig ein bisschen näher aneinander. Dann haben wir hier unsere schöne Farm-Gegend. Und sich auch leicht verhören kann. Wo hast du jetzt noch Gardens dorthin gepackt? Erstmal nur hier noch weiter. Nee, da nicht. Ist hier noch irgendwie Platzung? Ah. Guck mal. Darf ich jetzt Asperus? Hier könnte man eigentlich auch was anpflanzen. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja. Hallo? Wie? Jetzt auch. Yeah, konzentriertes Bauen. Das ist echt schlimm. Wir sollten noch so irgendwie Lieder auswendig können und dann singen wir auf dem Zutzer. Äh, ich will eigentlich, dass die Zuschauer bleiben. Vielleicht wäre das passiert. So. Also bei mir nicht, aber... So. Wir brauchen jetzt nur noch zwei Felder. Hier ist gerade noch eins. Obwohl, warte mal, warte, was war nochmal Rai? Was war nochmal Rai? Ah, für Rai würde ich sogar auch nochmal ein großes Feld machen. Was war denn das jetzt? Äh, ich weiß nicht, was Rai auf Deutsch... Ist Rai auch nicht so eine Art von Weizen? Ach, Mensch. Dann würde ich nämlich dafür nämlich noch ein großes Feld machen. Bei den anderen. Okay. Zack, 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 zack. Gut. Dann mache ich nochmal schnell ein großes Feld. Wie groß waren die denn nochmal hier? Ach, irgendwas Übertriebenes. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 mal 12. Wir haben ja 1, 2, 3, 4, 5 Abstand. 1, 2, 3, 4, 5. Und das war falsch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12. Mano! Nein, verdammt. Hm, war es Mano? Ich habe hier voll daneben hingestellt, obwohl ich es so gut gezielt hatte. Was ist das Essen? Das ist das letzte Gartenzeug, was ich habe, ja. Kommst du nicht hin? Aber du hast ja auch noch was, oder? Helfe ich dir bei deinem Bauprojekt hier. Tipp, 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 tipp. So, das war's. Mehr habe ich nicht. So dunkel. Ich habe keine Fackeln mehr. Es ist einfach nur traurig, oder? Ja. Ach, du hast die gleich alle umfackelt. Nee, ich wollte es ja. Ach so. Das war es jetzt aber auch bei mir schon, mit Gartenzeug. Okay, im Komposter, glaube ich, müsste noch Kompost sein. Ich schaue da mal schnell. Ich gucke mal noch mehr Fackeln. Ich habe noch welche dabei. Ich pflanze die mal schnell hier hin. Ach, na gut. Du kannst mal kurz den Kompost schauen. Und den Kompost rausziehen, wenn da welcher drin ist. Oh, nicht explodieren, nicht explodieren. Okay, wir können über alles reden. Hä, wieso ist der Creeper gerade von mir weggelaufen? Wie? Ja, dass er zu mir will, oder so. Kompost. Kompost. Oh, hier ist richtig viel drin. Da, 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 da. Wir wollen sie ja schön einheitlich haben. So, ich glaube, wir haben jetzt alle Felder umfackelt. Ich möchte lieber wieder ins Bettchen. Da waren schon wieder überall Creeper. Okay. Oh, wir brauchen noch ein Feld für, für Bambo, äh, für, wie heißt's? Sojabohnen. Ah, okay, ein großes. Oder ein mittleres. Ich weiß, ich weiß nicht, ob ein großes, ich glaube, ein mittleres reicht. Okay. Äh, Kompost, willst du das erstmal haben, so? Mir fällt, warte mal, mir fällt gerade auf, dass wir hier noch Gartenzäule haben, weil das soll hier alles weg. Okay. 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 Schwupps. Soll ich es wieder auffüllen? Zack, 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 zack. Ja, natürlich. Es sein kann, dass du irgendwie eine Ebene tiefer schlafen möchtest, demnächst. Hm, nö, war jetzt nicht geplant. Drei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, acht, neun, acht, neun, acht, zwöl. Warte, ich geb dir mal kurz die Gartenzäule hier, die ich hab. Willst du den Kompost haben? Den kannst du gleich ins Lager packen dann Oh, ich muss schon wieder essen 1, 2, 3 Okay, ich brauche hier hinten auch nochmal ein bisschen Gartenzeit Oh, diese Grillen Ich will nicht mehr, dass die spawnen Ich habe das eigentlich mit der Spawn-Control ausgeschaltet Dachte ich zumindest Naja, als ich letztens in mein Haus gekommen bin Erstmal ein Grillen-Konzert gehört Ich kill die einfach alle, so schaut's aus Mal gucken, wo er seinen Kompost hält Achso, nein, wir brauchen hier noch was Brauchen wir hier noch was Das Rye-Feld ist ja noch nicht fertig Und wir brauchen für die Sojabohnen auch noch ein Feld Ich dachte, du willst nicht so ein großes machen Nein, aber trotzdem Das eine ist ja noch gar nicht fertig, was wir haben Okay, okay, okay Dann fülle ich das erst mal weiter auf Genau, dann machen wir hier die Soja Bohnen hin und fertig Hier wo ich bin, kannst du dann auch auffüllen Da machen wir die Sojabohnen Yay, jetzt wieder hier Alles abfarmen Na, komm ich gerade so nicht hin? Äh, komm Ja, du hast ja noch Kompost Ja, soll ich die einfach so reinschmeißen? Wie reinschmeißen? Oder wie mache ich das? Ich habe das ja noch nie hergestellt Ähm, einfach Erde und Kompost und Zementar packen Zusammen Das ist ganz simpel Das ist so aufregend Oh Gott, der hat mich gerade erschreckt, ey Ähm, kannst du noch die Sojabohnen, die du hast Noch kurz dann einpflanzen? Bei dem hier jetzt noch? Genau Okay Hey, mach doch So, was habe ich? Gut, und du hast wahrscheinlich eine normale Sojabohnen Ja, sechs Stück Genau, dann komm mit Hup, hup, hup Äh, warum wollte ich hier überhaupt hochspringen? Wir haben unsere Felder fertig Oh, stimmt Ich werde jetzt gleich nochmal gucken Ob wir noch irgendwas haben, was wir noch nicht angepflanzt haben Oh Gott, was ist er? Oh Gott, oh Gott, oh Gott Kannst du dann die Sojabohnen einfach reinschmeißen? Aber oben in die Kiste Oben, okay Ah, gut Ganz oben in die Kiste Das macht Sinn Automatisches Tofu-System gebaut Äh, äh Ja, das ist voll gut Sehr schön Okay Ich werde aber auch schon gerne die Folge wieder beenden wollen Hm Wir haben unser Vorhaben geschafft und Ja, in deinem nächsten Mal sehen wir, was wir wieder so machen Ich habe ja angefangen, einen Zaun zu bauen Vielleicht packe ich ein paar Tiere rein oder was in meinem Haus Mal sehen Ja, sehen wir dann Ja, danke fürs Zusehen Bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss Bis zum nächsten Mal.